Heute könnte ich das letzte nötige Teil für meinen Aufstieg enthüllen. Ihr Opfer dient mir. Ohne Schlüssel ist das Schloss nutzlos. Niedere Kreaturen profitieren von einer Tonne Rolle. Los, greifen Sie zu. Geht sie ran. Ich werde sie eigenhändig aufreißen. Sie sind zu mir imstande. Es macht etwa alles? Diese Kreatur wird von mir mit Zweck erfüllt. Warum sind sie nicht alle tot? Das genügt fürs Ende.